Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um Säuren und Basen nach Brönnstadt. Wir haben im Video Säuren und Basen nach Arrhenius gezeigt, dass es dem schwedischen Chemiker gelang, eine sehr sinnreiche Definition von Säuren und Basen zu finden. Nach Arrhenius liefern Säuren in wässriger Lösung durch Dissoziation Wasserstoff-Ionen H+. Basen liefern bei der Dissoziation in wässriger Lösung Hydroxid-Ionen OH-. Bei unseren ganzen Überlegungen über die Chemie sollten wir nicht aus den Augen verlieren, worin das Hauptziel der Chemie besteht. Das sind nämlich das Verständnis und die Voraussage chemischer Reaktionen. Nehmen wir zum Beispiel die Neutralisation von Salzsäure mit Natriumhydroxid. HCl reagiert mit NaOH. HCl ist eine Säure, da es Wasserstoff-Ionen H+. liefern kann. Natriumhydroxid ist eine Base, da es Hydroxid-Ionen OH- liefern kann. Bei dieser Reaktion entsteht Natriumchlorid, NaCl. Das Wasserstoff-Ionen H+, und das Hydroxid-Ionen OH- vereinigen sich zu einer Verbindung HOH. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com.